In Zukunft werden wir den HSG City mit Messtechnik ausstatten, sodass wir im Prinzip die Strecke, die wir bearbeiten werden, vorab vermessen können und dahingehend noch die zustandsbasierte Instandhaltung weiter optimieren können. Kojix ist ein heat-treated Stil, der viele Vorteile mit den anderen Stil aus der gleichen Kategorie verwendet hat. Die PM-Gearbox ermöglicht die grüne Mobilität. Die Wettbewerbs-Detektoren mit den Achseln, die die Live-Position des Wettbewerbs verwendet haben. Das Wettbewerbs-Konzept betrifft 3D-Modellung. Der ausschlaggebende Mehrwert unserer EPS ist die Nachhaltigkeit. Das Schienenfräsen, für uns im Speziellen mit dieser Maschine, ist eine klare Alternative zum Schienenwechsel. Stetig wachsende Anforderungen aus dem Gleis führten zu der Entwicklung einer neuartigen Spannklemm-Generation. Please feel invited to visit us in Berlin and have a glance at the future of rail infrastructure. Experience, together with us, how we are enabling green mobility. Vielen Dank!